Vorab, ich bin ein synthetisches Video, basierend auf künstlicher Intelligenz der führenden Digital Marketing Plattform OMKB. Ich arbeite noch im Lernmodus. Markus Tantler, auch bekannt als Mediadonis, ist seit mehr als 20 Jahren in der Digital Marketing Branche unterwegs. In dieser Zeit hat er nicht nur die Nummer 1 Plattform Website Quality Management Reit gegründet und eine erfolgreiche Eventreihe etabliert, sondern spricht auf den relevantesten Fachkonferenzen weltweit. Er bezeichnet sich selbst charmant als Compulsive Entrepreneur und Search Theorist in Love with SEO since 1998. Die Digital Marketing und SEO-Legende ist mit Google und Suchalgorithmen aufgewachsen und hält einen Magister der Universität Augsburg und einen Diplomfachwirt Medienmarketing der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing in München inne. 2017 wurde Markus bei den European Search Awards in Krakau sogar als European Search Personality of the Year ausgezeichnet. Im Q&A Talk mit Tink-Elf-CEO Sharpe Hosseini spricht Markus über seine wilden Jahre, die Entwicklung von Reit zu einem der führenden Online-Marketing-Tools und natürlich SEO. Im Q&A Talk mit Tink-Elf-CEO Sharpe Hosseini spricht Markeau. Im Q&A Talk-Ver Textung des Krasnet-Eins membership mit Tink-Elf-CEO. Im Q&A walk-Tin. Im Q&A takie witzige, Im Q&A.